In jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin. Die Toxisch-Männlichkeit. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein junger Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Also wem willst du denn für einen Gefallen tun? Also sie bietet sich da irgendwie bei Menschen an, die sie ums Verrecken eher nicht wählen würden. Nicht einmal, wenn man ihnen drei Lastenfahrräder schenken würde. Und die weiß nicht, wie sinnvoll das ist, sich als FDP-Politikerin so zu positionieren. Weil ich die Allergeilste bin. Und die FDP, sie fliegt aus dem Berliner Abgeordnetenhaus mit 4,6 Prozent. Sehr geschickt. Agnes Strackzimmermann. ARD Text im Auftrag vonです